Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 16. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1233 und ich bin langsam aber sicher wieder in diesem Büro angelangt. Das sind die Themen, die in der heutigen Episode seinen Platz finden. Nachdem wir gestern, dem Montag, einen Feiertag hier in der Schweiz, zumindest partiell in gewissen Kantonen hatten, geht jetzt die Woche richtig los und eben mit den folgenden Themen von vorderen. Was ist Neues da? Zuletzt hinzugekommen Mitte, Ende der letzten Woche sind Konzertkarten, die jetzt neu über Spotify verkauft werden. Spotify testet in den USA verschiedene Bands wie Limbeck, Annie DiRusso, Dirty Honey etc., deren ihre Konzerte sie direkt verticken möchten. Ob das direkt nur über Spotify exklusiv geht oder zusätzlich neben den grossen Plattformen und oder wie das in den Staaten ist, habe ich keine Ahnung. Aber wir werden sehen, ob das auch bei uns hier in die Schweiz kommen werden mag. Auch gegen Ende der letzten Woche kam noch bei Google Maps ein grösseres Update, in Anführungsschlusszeichen. Ein kleineres Update würde ich eher sagen. Es ging darum, dass kraftstoffsparende Routen angezeigt wird. Wer kein E-Auto hat und immer noch dieses Benzin ins Auto füllt oder Diesel, der möchte vielleicht eine kraftstoffsparende Route wählen, wo man nicht so viel verpulvert. Das ist nicht immer die schnellste, manchmal schon, manchmal eben auch nicht. Und deshalb zeigt Google Maps neu eben die Möglichkeit dann, wo ihr vielleicht ein paar Minuten länger habt, aber ein bisschen mehr Benzin spart, Diesel spart, was auch immer. Wer das mal ausprobieren möchte, auf der Google Route zeigt euch nachher neben der Zeit noch so ein Leaf, also ein Blatt an, das euch anzeigt, wie viel Prozent Benzin das da möglich zu sparen ist. In den Einstellungen könnt ihr auch festlegen, dass per Default immer solche Routen zuerst angezeigt werden und nicht unbedingt die schnellsten. Wer also mag, unbedingt aktivieren. Es gibt Neuigkeiten zu Epic und Apple. Wir wissen jetzt neu, dass am 21. Oktober der Stichtag ist. Dann hat Epic, dann hat Apple beide jeweils 20 Minuten Zeit, um ihre aktuelle Sicht der Dinge zum Besten zu geben und somit dann eben der Richterin vielleicht noch den kleinen Ding umdrehen kann, dass sie sich für den oder die Firma entscheidet. Wir dürfen gespannt sein, was garantiert sicher ist, dass das nicht das letzte aller Dinge ist, denn das ist nur das höchste Gericht in Kalifornien. Wird Apple verlieren oder Epic verlieren, wird sicherlich das Gegenüber jeweils dann das Ganze weiterziehen vor US-Staatsgericht und dann eben noch weiter nach oben gehen. Also sprich den obersten Gerichtshof in den Staaten, nicht das Staatsgericht. Weiter geht es mit Google, die haben eine schöne Buße bekommen. 41 Millionen, was ja nicht ganz so viel ist für dieses Google, aber dennoch dürfen sie in Australien bezahlen. Weshalb? Weil sie einfach Location abgefragt haben bei gewissen Diensten von australischen Nutzern und darauf nicht explizit hingewiesen haben. Seit 2018, genauer gesagt im Dezember in diesem Jahr, sollen 1,3 Millionen Kundinnen davon betroffen sein. Und dafür wird Google jetzt zur Kasse gebeten. Ich hoffe, die einzelnen Kunden sehen auch ein bisschen was davon, aber ich glaube, das geht eher irgendwo in welche Staatskassen. Kann natürlich auch eine Erleichterung sein für die Steuern etc. We will see. Ihr habt noch kein Apple One und seid auf der Apple-Schiene unterwegs? Dann solltet ihr vielleicht. Dazu hat Apple ein 30-Sekunden-Video gemacht, was da genau alles drin ist. Ich werde gerne auch meinen Blogpost verlinken, den ich dazu geschrieben habe, warum ich dahin gewechselt habe. Also somit unbedingt reinlesen. Wer mag daily.geektop.ca oder im Podcasts euer Vertrauens, findet ihr den und auch die anderen Links zu den Themen heute. Oder ihr schaut euch einfach das verlinkte Video dazu an. Auch das ist in kurz und knapp erklärt. Dann gibt es Neuigkeiten von Dropbox. Die haben nämlich mitgeteilt, dass es per Ende des Jahres eine generalüberholte Mac-App oder ein Client geben wird von der Software. Und warum wird es das geben? Ja, Apple hat ein bisschen was geändert an der Grundstruktur, was Online-Speicherdienste betrifft. Und Dropbox hat das noch nicht für sich geupdatet. Seit der Version 12.3, und ich glaube aktuell ist es 12.4, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Neuerung in Kraft getreten bei Apple. Da muss eben Dropbox nachbessern. Das dauert aber noch bis Ende des Jahres. Wer wie ich damit Probleme hat, ich schalte gelegentlich das Dropbox-Client-Teilchen aus und aktiviere es nur, wenn ich wieder mal neue Daten aus dieser Dropbox benötige. Irgendwo, irgendwann habe ich mal im Geek Talk eine alternative App dazu genannt, das ist ein Client genannt. Den kann man natürlich auch dafür nutzen. Dann gibt es Gegenvorwürfe. Es wurde ja von, ach wie hieß der nochmals, Dan O'Down oder so ähnlich, das Dawn-Projekt auf jeden Fall. Die haben ja das Full-Self-Driving-Funktion von Tesla in ein schlechtes Licht gerückt. Die haben Tests gemacht und dann diese auch eingereicht. Man sagt, dass das Ganze ein Betrug sei. Nun will man aber herausgefunden haben, dass das Gegenteil der Betrug ist. Nämlich soll bei dem Test ein bisschen beschissen worden sein. Und das Full-Self-Driving, also das selbstfahrende Teilchen in FSD, genau, Full-Self-Driving in Tesla, war in diesem Video, wo sie eben den Beweis antreten wollten, gar nicht wirklich aktiv. Das heisst, es geht in die nächste Runde. In die nächste Runde könnte es auch bei Winningswagen gehen. Wer dafür die Health Mate nutzt und diese generell als Main-Gesundheits-App nutzt, um die ganzen Daten auch aus Apple Health rauszuziehen und da schön darzustellen, der wird vielleicht bemerkt haben, die Daten des Gewichts gehen nicht mehr in Richtung Apple Health über. Dazu gibt es, verlinkt in den Show Notes, ein Workaround, wie ihr das wieder hinbekommt. Das funktioniert aber nur dann, wenn ihr die App nicht als Main-App nutzt, denn hier könnt ihr nur noch Daten rausschmeissen, keine mehr reinziehen. Weiter geht es mit Samsung. Und die sind jetzt in der Pflicht, fleissig Werbung und Marketing zu machen für ihre neuen Geräte. Sie haben vorgestellt, vor circa eineinhalb Wochen war das, glaube ich, neue Smartphones. Darüber habe ich berichtet, das Galaxy Z Fold, das Galaxy Z Flip etc., alles, was so zu klappen heute ist. Und Samsung hat schon länger gesagt, dass sie mit ihren Klapp-Smartphones auf einem guten Weg sind. Das sei Mainstream angekommen. Man möchte in diesem Jahr 500.000 Geräte in Deutschland absetzen. Und jetzt bringen sie noch einen obendrauf. Man kann die Smartphones, welche im Jahre 2025 verkauft werden, werden zur Hälfte alles Klapp-Smartphones sein. Genauer muss man noch ein bisschen nachgehen. Es sind die Premium-Smartphones, also die so ab 750, 800 Währungseinheiten nach oben. Davon sollen rund die Hälfte Klapp-Smartphones sein. Na dann, Apple, ihr müsst bald auch klappen, sonst klappt das nicht so ganz, glaube ich, doch mal ganz stark. Wir werden es sehen. Neuigkeiten gibt es auch für Microsoft Office-Kunden. Aktuell nur in der Beta, aber somit hoffentlich auch bald in der offiziellen Version. Das Office könnt ihr jetzt neu mit dem iPad Pencil bedienen. Und das funktioniert, wie gesagt, aktuell in der Beta-Version, ganz wichtig. Aber ich hoffe bald auch in der offiziellen Version, denn das ist sehr praktisch. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten, die in der letzten Woche ganz stark durch die News-Seiten gegangen sind. Apple kann Prozente, und zwar in der Akku-Anzeige. Konnten sie schon lange, aber haben sie weggelassen mit der Notch und der verminderten Darstellungsmöglichkeit. Jetzt mit iOS 16. Im kommenden wird das Ganze wieder Einzug erhalten. Da gibt es einige Blog-Posts und einige Neuigkeiten oder Videos dazu. Es gibt auch Dinge, wie es Apple hätte besser machen können, würden sie es denn wollen. Aber wie immer, Apples Version. Ihr könnt es nachlesen und nachgucken in den Shownotes. In diesem Sinn, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag. Ich wünsche euch den auf jeden Fall. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.